Hallo, schönen guten Tag. Hier ist die Millionärsmesse in München und Millionäre informieren sich hier über die neuen Trends, die es gibt. Und da bin ich natürlich genau der richtige Ansprechpartner für. Hallo, hallo. Oh, hier. Das ist ja nicht schlecht. Zeig mal ein bisschen was. Nicht hier nur rumsitzen, auch mal ein bisschen zeigen. Was kostet der jetzt hier? 110.000. 110.000? Für so ein paar Flaschen mit dem Kopf? Komm, pack's mir ein, ich nehm's nachher mit. Ach, läuft bei mir einfach. Hallo, was geht denn über... Ich hab das grad gekauft. Will ich das auch haben? Ja, nee. Ja, wir können es in der Mitte einmal teilen. Nee, sorry, ich hab das ganze Teil jetzt hier gekauft. Du kannst jetzt nicht auf meinem Teil hier rumlatschen. Ja, hallo, weil ich gekauft hab. Nee, hier ist nichts mit spielen. Haben Sie ein Belegnis, dass ich gekauft habe? 20.000. 20.000 hab ich grad gekauft. Nächster Preis? Habe ich gekauft. Nächster Preis für mich hineingebaut. 21. 21.000, Rattenzahlung. Was? Rattenzahlung. Rattenzahlung. Rattenzahlung, was ist das? Sorry, also das ist so für Millionäre hier, die Messe. Hi. Na? Seid ihr auch Millionäre? Hallo. Hey, hey, hey. Hi. Ich würd sie komplett so nehmen, wie sie jetzt da steht. Mit Strumpfhose, nur wie Tortasche und dem ganzen Zipp und Zapp. Wenn er keine Kohle hätte, würdest du mit ihm nicht rumlaufen, oder? Nein. Iberda. Hm? Iberda. Iberda? Iberda. Ah! Russland? Russland. Nein? Polen? Nein. Tschechien? Nein. Ich hab den Katalog vor Augen, nur ich komm jetzt nicht drauf. Was kostet der? 75.000. 75.000! Mehr nicht. Eieieieiei, das ist doch mal hier ein Gerät. Was kostet das hier? Etwas über eine Million. Das geht. Was sind das hier gerade von Problemen, die sich den Magen angucken? Und das sind, äh, ihre Kollegen sind das. Von welchem Sender seid ihr? München TV. München TV. Hier, komm. Abmarsch. Macht mal abmarsch. Wir haben so eine kleine Kamera. Servus. Weil wir drehen hier jetzt gerade nämlich, äh, und München TV. Ei, 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 ei. Herrlich. So, Herr Porre, warum haben Sie nichts verletzt? Äh, weil ich es mir auf zwölf oder fünf Prozent. Also, weil ich es mir leisten kann. Oh, shit. Oh, Mensch, du. Komm mal kurz hoch. Hallo. Dann würde ich sagen, äh, packt mal den Fernseher ein. Und, äh, das Glas und alles halt, ja. Und die Kaffeemaschine da vorne hätte ich gerne. Hast du für mich auch noch einen Gramm? Na klar, denke ich. Was brauchst du, einen Gramm? Einen Gramm. Ich nehme den jetzt nicht mehr weiter. Achso, okay, sorry, ich dachte, weil du gerade wieder hinten so in der Ecke standest. Nein, ich habe nicht. Achso, ich schnupfe natürlich, du, das kenne ich doch auch. Ich weiß, was Sie durchmachen. Ich habe die Farbe lila gesehen. Stop smiling. Start smiling. Stop. Du bist die Prada? Babette. Achso, ich dachte nur wegen des Namens hier irgendwie. Was möchtest du gerne hören? Äh, ein bisschen romantisch. Romantisch? Ja, natürlich. Ich sage nur Babette, im Bett mit dir wär's nett, mein Konto ist fett, für dich, Babette. Grüß dich an, schöne Frau. Dankeschön, es ist wunderbar, bei euch gewesen zu sein.